Stehst du auch manchmal vor der Frage, ziehe ich jetzt eine kurze oder lange Laufhose an? Dann wirst du in der Übergangszeit vielleicht die perfekte Antwort darauf finden mit dieser Nike Twisted Capri. Dabei ist sie weit mehr als nur eine Kompromisslösung, denn mit dieser Dreiviertellänge kannst du sie optimal das ganze Jahr über nutzen. Gerade als Frau finde ich diesen breiten Bund total klasse. Der sitzt angenehm ohne aufzutragen und verteilt ganz optimal den Druck am Bauch. Das Material ist weich und hautsympathisch und durch die Dryfit Funktionsfaser wird der Schweiß immer vom Körper weg transportiert. So bleibst du jederzeit auch bei höchster Anstrengung schön angenehm trocken. Das elastische Material macht jede deiner Bewegungen optimal mit und dadurch, dass die Hose eng anliegt, kommt es auch nicht so schnell zu Scheuerstellen. Sehr sinnvoll ist auch die Reißverschlusstasche hinten am Rücken. Da hast du immer die Möglichkeit deinen Schlüssel oder auch Kleingeld mitzunehmen und es schlackert auch nicht unnötig herum. Als Laufspezialist hat Nike natürlich auch an deine Sicherheit gedacht und einige reflektierende Details eingebaut. Du kannst dich von der Nike Twisted Capri natürlich in deiner Runners Point Filiale überzeugen lassen oder sie gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com von der Nike Twisted Capri Untertitelung des ZDF, 2020